den und ich hab nicht gesagt dass ich mich nie wieder das ist nie wieder so blöd bin und mir ein Spiel blind kaufen werde Tja so kann man sich vertun diese Kurve kann ich mir nicht aber irgendwie kann ich mit dem Auto besser fahren habe ich das Gefühl und ich habe das Gefühl es braucht länger bis es auf seiner Endgeschwindigkeit ist und das gefällt mir dann persönlich wieder nicht so gut aber vielleicht kommt es mir auch mal so vor